Hi, ich bin's, euer Stefan und in dem Video geht es um die Veggie-Studie, die ja angeblich besagen soll, dass vegane Kinder zu klein sind. Also erstmal muss man dazu sagen, die Studie hat das nicht ergeben. Bis dato weiß man es halt eben nicht. Das war eher Zufall, dass halt eben bei den veganen Kindern Backkinder dabei sind, die viel zu klein sind. Also gesundheitlich bedenklich zu klein, aber ob das was mit der veganen Ernährung zu tun hat, weiß man nicht. Das war eher Zufall. Die Presse hat es aber für sich genutzt und hat sozusagen die Verantwortlichen von der Studie, von der Veggie-Studie verarscht. Eigentlich wollten die oder sind die sogar dabei, von der Veggie-Studie wirklich endlich mal Fakten auf den Tisch zu legen, wie es eigentlich aussieht. Weil vegane Ernährung bei Kindern ist so an sich noch nicht geforscht, so an sich noch nicht erforscht. Das heißt, man weiß noch gar nicht, welche Auswirkungen die da drauf hat. Deswegen raten immer alle davon ab, aber die DGE ist mittlerweile auch schon so weit, dass sie nicht mehr von der veganen Ernährung bei Kindern ab nicht mehr empfehlen. Oder dass es zumindest gesundheitsschädlich ist, sondern sie empfehlen es nicht mehr. Also vorher hieß es ja, es dringend abzuraten. Und jetzt heißt es ja, wir empfehlen keine vegane Ernährung bei kleinen Kindern. Also da merkt man schon mal, da ist so langsam was im Gange. Auf jeden Fall, wie gesagt, wurden die Verantwortlichen von der Veggie-Studie verarscht. Und es war halt eben reiner Zufall. Aber wie kommt es eigentlich? Also erstens, man müsste halt wirklich erstmal die Ernährung komplett durchsichtigen. Vielleicht sind es auch die Gene. Vielleicht liegen auch irgendwelche anderen Krankheiten vor. Also Erbkrankheiten, dass die Kinder halt eben nicht vernünftig wachsen. Und wie gesagt, die Presse hat das halt einfach als, ja, als Nutzen, sozusagen sich das ausnutzen wollen. Und einfach gesagt, okay gut, wir haben eh schon, oder wir haben was gegen vegane Ernährung. So, jetzt müssen wir mal irgendwas gucken, dass wir irgendwas finden. Und dann haben die sich das einfach rausgeschnappt. Leider wahr. Was ich aber dazu sagen muss, ist, was auf jeden Fall definitiv klar ist, meiner Meinung nach, wenn man sich das so genauer anschaut, dass vegane Kinder auf jeden Fall kleiner sind als normale Kinder. Aber dieses zu klein, das stört mich halt. Was heißt kleiner? Kleiner ist ja kein Nachteil. Ich meine, ich bin auch kleiner als die meisten Männer in meinem Alter oder als Erwachsene. Ich bin 1,73, manche sind doch über 1,80. Ich bin auch kleiner, aber deswegen bin ich jetzt nicht krank oder habe eine Behinderung oder irgendwie sowas ähnliches. Von daher ist es halt immer so die Frage, wann ist was zu klein. Also wie gesagt, zu klein ist, wenn man wirklich in die Richtung behindert geht oder halt irgendwie eine Krankheit hat eben. Aber das kann wahrscheinlich eher weniger von der Ernährung kommen. Auf jeden Fall ist es klar, wie gesagt, dass vegane Kinder ein bisschen kleiner sind als die normalen Kinder. Einfach aus dem Grund, weil Kuhmilch sehr, sehr viele Wachstumshormone enthält. Eigentlich auch zu viele. Also Wachstumshormone können natürlich auch das Krebswachstum fördern. Das ist ja schon nachgewiesen. Krebs sind ja Zellen, die sich geteilt haben, wo sie sich eigentlich gar nicht teilen sollen. Und Zellteilung ist sozusagen Wachstum. Das heißt, es kann auch natürlich negativ sein. Muss nicht, aber kann. Und ich finde auch, es ist halt irgendwie so ein Eingreifen in die Genetik, wenn man sagt, ey, ich trinke jetzt viel Milch, damit ich größer werde. Das ist ja auch nachgewiesen. Stillkinder sind kleiner als Kinder, die halt Flaschenmilch bekommen. Einfach, weil sie viel, viel weniger Wachstumshormone bekommen. Aber wenn man mal so überlegt, ein Kind, ein Menschenbaby muss nicht so viel wachsen wie ein Kalb. Und die Wachstumshormone sind halt dementsprechend angepasst. Also die Kuhmilch hat wirklich um zigfache mehr an Wachstumshormone als die menschliche Milch. Einfach, weil es direkt auf das Lebewesen angepasst ist. Das Kalb muss halt eben viel, viel mehr wachsen als das Menschenbaby. Und genau deswegen ist es halt einfach so, es sind halt eben dementsprechend vegane Kinder und Menschenkinder einfach kleiner, die keine Kuhmilch bekommen, anstatt, also im Vergleich zu Kindern, die Kuhmilch bekommen, weil die halt eben durch diese Wachstumshormone automatisch höher wachsen, mehr wachsen. Das ist die Frage, was ist jetzt wirklich besser? Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass dieses künstliche Fördern an Wachstum nicht gesund sein kann und nicht gesund ist, definitiv. Also beim Erwachsenen ist es sowieso nicht gesund, sich so viele Wachstumshormone reinzuhauen. Und bei kleinen Kindern greifst du, wie gesagt, die Genetik ist ja bestimmt eigentlich, wie wir auszusehen haben und wie groß wir werden, wie unsere Verfassung ist, wie wir aufgebaut sind, wie wir aussehen, welche Haarfarbe wir haben, welche Augenfarbe wir haben. Das wird alles durch unsere Genetik bestimmt und alleine mit der Milch greifen wir da irgendwie so ein bisschen, natürlich ändern wir die Genetik nicht komplett oder total, aber wir greifen da trotzdem irgendwie so in unseren Bauplan ein. Von daher finde ich das eigentlich nicht gut und würde es sogar gut heißen zu sagen, okay, vegane Kinder sind einfach kleiner wie mischköstlich ernährte Kinder, weil die einfach nicht so viele künstliche oder halt nicht natürliche, für die Menschen nicht natürliche Wachstumshormone zu sich nehmen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und dann hoffe ich, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Deswegen abonnieren nicht vergessen. Ich werde die Richtung irgendwann noch lernen. Abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan. Ciao, euer Stefan.